Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Was glaubst du, kommt bei Leuten gut an? Nee. Ja, YouTube. Wir machen ja so eine Challenge-Kacke und so, das ist ja total erfolgreich. Aber die haben Erfolg. Ich verstehe. Wie Challenge. Ja, so komische Sachen. Ah, wir tun jetzt mal alles hier in so einem Waffeleisen. Mal gucken, was da rauskommt. Jetzt tun wir die Hustel hier rein. Und dann tun wir irgendwelche... ...hier Dingens. Diese Schokoladen-Dinger mit den Waffeln drunter. Was? Diese Schokoladen-Dinger mit den Waffeln drunter. Und der Sahne drin. Wie heißen die? Hanno... Nee. Troppers. Nee. Nee, nicht Knopf. Hast du diese weichen Dinger? Da so unten so eine weiche Waffel, da ist da Sahne drin und drunter rum nur Schokolade. Ja, 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 ich weiß. Ähm... Ey, diese grüne Masse ist wahrscheinlich hier... Wie heißt das? Sowas wie... Marshmallows, sowas. Ja, irgendwie läuft ja. Ja, sowas. Wenn in dem Waffeleisen drunter. Gucken sich die Leute das an. Ja, dann weißt du, was da passiert, oder? Wenn ich so ein Ding in dem Waffeleisen drunter schlug, dann schlugst du das. Ich glaub, aber so Kochvideos werden gut ankommen. Ja, aber ich kann nicht kochen. Ja, aber ich? Ja, dann. So, steig ein! Ja, für den einen Gegner hab ich ja einen Gegner gefunden. Da ist einer! Oh! Ja, sind vorbei. R2, ey, schießen! R2 schießen und es passiert nichts! Ah, ich meine Fresse! Du bist direkt geschossen! Du kannst dich keinen Willen mitbewerben! Ja, wenn du auch sofort in so'n großes Teil reinfraßt! Was? Ich schieße komplett drüber, ey! Hä? Vielleicht mach ich mal Kochbidas, finde ich, ne? Sobald ich die GoPro hau. Hehehe Hast du die schon bestellt? Nein Oh, die Förder ist von 22 Das brennt meine Mitspielern hier vor die Nase, ne? Ja, muss nachwerden Von der Seite Wird beschossen aber absolut keine Ahnung wo Von der Seite Von der Seite Von der Seite Von der Seite Mann, ey, immer von da oben, weißt du? Jetzt ist der Richtig zu Ja, noch weiter weg Ey, ich werde fast bei F gespawnt Obwohl ich ihr eh ausgelöst habe Von der Seite Wir haben Einsatzziel Emil Von der Seite Von der Seite Von der Seite Die sind verkackt Wir haben jetzt schon verloren Die snipern alle F wird eingenommen F wird eingenommen Und dann So Und dann Die Das wird auch wieder Jetzt haben die Mannschaft getrocknet Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben das Spiel in den Tauern. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Oh, nur ein Sniper, oder? Oh, ja. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Komm schon. Ich gehe zu C. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. reingeflucht. Ja, die Mann. Och, meine Güte. Ey, ich dreh mich um. Da ist keiner. Dann häng ich los. Och, der will nicht. Wrennt der weg? Wird eingenommen, der Kipunkt? Warte da. Warte da. Aber ich spawn hier und hätte erstmal noch verpassen. Hä? Hä? Der Typ hat mich noch gar nicht gesehen. Dann habe ich angefangen zu schürfen und zu schießen. Dann läuft da die Leiter hoch. Ich schieße immer noch auf den. Und dann hat der am Ende nur 30 Leben und ich bin tot. Bei E ist einer. Aber G zu F. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich schaute mich auf den. Wir haben das Einsatzziel Wärmler erhofft. Ah, die nehmen wir wieder ein. Ich sitz ganz oben im Haus. Äh, da sitzt... was? Wo ist das ganz oben? Hm. Wir haben das Einsatzziel Emil verloren. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Oh, ja. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Wir haben das Einsatzziel. Das kann man nicht die Scheißfenster hier Schott machen. Ich sitz hinten in der Scheune drin. Ich versuch mal zu dir zu kommen. Der Tunnelbrot schief gehen. Die nehmen F wieder ein. Dann kann ich mich hier nicht durch. Ja, schön. Haha, gut. Ich komme wieder zu. Haha, ich bin nicht. Kein Ach, es wird großartig sein, wir brauchen ein Presher. Oh, es kommt keiner. Jetzt hab ich mir gedacht, was du auch nimmst. Ähm, im Nachbarhaus. Als ob. Bist du tot? Nein. Weil ein Flugzeug hat mich von oben in der untersten Etage getötet. Oh, die trifft er nicht. Die trifft er nicht. Ich brauch ne andere Waffe. Komm zu F. Warte, bitte. Boah, ey. Hallo, ich will zu E zurück. Nein, na gut. Dann nehm ich ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. 20 Kills als Versorgungssoldat. Hoppla. Was war das denn? Flugzeug. Ja. Warst du doch? Ja. Hast du ihn gekillt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat da jemand rumgeschrien. Der zweite war ich nicht. Ich hab da erst gerade einen in deinem Auto gefahren. Ja, ich hab einen. Okay. Da war es noch einen. Was war ich für. Da war es noch so gut. Ich habe es noch nicht. Das war es noch nicht. Aber in seinem, das war es noch nicht. Ich habe es noch mal dran, auf den Dr. und in conseguir den St. Boah, nehm ich das? Boah, nehm. Wir haben Einsatzziel bergert. Was setzen wir? Alles klar. Ich werde nicht mehr hochkommen. Warum? Ja, guck dir das an. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel hier. Ja, es ist doch dunkel, ja, aber es ist alles weggesprengt. Sollen wir versuchen das andere Haus zu stürmen? Können wir machen? Ich bin drin. Da unten saß einer. Wir haben Einsatzziel, Emil. Kuckuck. Achso? Er ist weg, der Typ. Ja, hier oben ist frei. Äh, ne, bei dir vorne am Haus, vielleicht kommt da jetzt einer hoch. Ja. Ja. Ja, der kommt hoch. Hab ihn. Also einen. Wer weiß, ob das mehr sind. Ein. Ich hab nur einen gesehen. Nein. Oh, fuck. Winone, wir sind Presentation. Die Einzieher ist bereit. G آh. G Wie alt. 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 Was ist der Tor? Was ist der Tor? Dach! Ich glaube, einem Haus gegenüber ist keiner. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich gucke nicht. Will ihr mich verarschen? that's mir vor allem. Aber hier kann ich viel mit dem Knappen. Ich glaube, ich komme zu dir rüber. Also hier im Haus wird keiner mehr sitzen nachher. Falsches Haus. Falsches Haus. Falsches Haus. Hmm. Falsches Haus. Ein bisschen Schaum. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Sollen wir zu B? E Hallo, ich hab ein Auto Ja, ich fange mal vor Ich fange mal vor Ich fange mal hier auf dich Da kommt einer an ein Pferd Habe ihn Habe ihn Panzer von uns Ja, ich bin hier an den Gleisen Das haben wir alle Wir lieben allen Wir毒thballen Ich habe keinen Dichfahrt Wir lieben einem Dafür, dass wir am Anfang nur noch Reis hatten, dann ist es gut, aber wir haben halt keine Kühle. C wird eingenommen. Dass wir immer in diesem Moment dann nachladen müssen, wenn da jemand ist. Wow, ich habe eine Gesundheit von 6. Oh meine Güte, 50 Millionen Leute stehen hier an, das wird natürlich nicht. Haben einen. Aber wie der Sanitäter, ne? Wie viele Ball? B, D sind. Ah, Niederlage. Okay. Okay.